Herzlich Willkommen im Voletarium, Institut und Werkstatt von Brüder Eulenstein. Mein Name ist Professor Nikolaev. Wie Sie vielleicht wissen, hat meine Wenigkeit bewiesen, dass die Eulensteins die Ersten waren, die mit einem steuerbaren Fluggerät beflogen sind. Denn vor Lattens und Freude. Gleich dürfen Sie, wie damals die Eulensteins, auch einmal wegfliegen. Aber damit Sie auch sicher wieder landen, werden Sie nun gemeinsam mit meiner 13. Assistentin Jessica mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen und bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wenn möchten Sie bitten, Ihr Handgepäck zu verstauen, um den Einsteigevorgang zu beschleunigen, gehen Sie bitte bis zum letzten freien Platz in Ihrer Reihe durch. Bitte beachten Sie, dass das Filmen an Bord des Volatus 2 strengstens erbaut. So schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt. Falls Sie kleiner sind als die Markierung hinter Ihnen, ziehen Sie bitte den Gurt durch die Schleife. Schließlich ziehen Sie noch an der gelben Lasche, damit unser charmantes Kabinenpersonal sieht, dass Ihr Sicherheitsgurt geschlossen ist. So, jetzt sind Sie bereit, loszukriegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord und eine asemberaumende Reihe. Es leben die Eulensteins!